Shootingstar Matteo Retegui steht anscheinend vor einem Transfer zur Eintracht aus Frankfurt und das Ganze wäre dann doch schon ein absoluter Krachertransfer, wenn das durchgeht. Aber wer ist der Stürmer überhaupt? Passt er zur Eintracht? Und was wären die möglichen Ablösemodalitäten? Das Ganze werden wir jetzt im Video klären. Zunächst einmal hat Retegui gerade einen absoluten Hype, was eben daran liegt, dass er für die italienische Nationalmannschaft debütiert hat in der letzten Länderspielpause und eben auch in beiden Spielen gegen England und auch gegen Malta jeweils ein Tor erzielt hat. Das Ganze ist dann doch schon relativ ungewöhnlich, denn Retegui ist in Argentinien aufgewachsen und konnte nur für Italien debütieren, weil er eben italienische Vorfahren hatte. Ich glaube, es waren sogar nur seine Großeltern. Letztendlich war es möglich. Ich habe mich da zwar schon gewundert, dass er nicht vielleicht auf Argentinien wartet, aber er hat es mit Italien gemacht und bis jetzt spricht der Erfolg für sich, sage ich jetzt mal. Doch wie hat er überhaupt auf sich aufmerksam gemacht? Also gestartet hat er die Karriere in der Jugend von Riverblade, ist dann zu Boca Juniors und da hatte er dann mehrere Leihstationen, zunächst bei Estudiantes, dann bei CR Talleres und letztendlich haben sie ihn dann zu Tigre verliehen, auch in der argentinischen Liga und da hat er seinen absoluten Durchbruch gefeiert. Letztes Jahr oder auch letzte Saison, in Argentinien ist ja immer das Kalenderjahr eine Saison, wurde er nämlich Torschützenkönig. Deshalb kannte ich ihn auch schon bei der Nominierung für Italien. Und zwar konnte er da in 27 Ligaspielen 19 Tore erzielen. Hört sich jetzt nicht überkrass an, aber ist dann doch schon eine relativ solide Leistung von ihm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Tigre eben kein absoluter Topklub ist und letztendlich nur Siebter in der Liga wurde. Die Laie von Boca Juniors zu Tigre ist eben über zwei Jahre, also zwei Saisons, angelegt und in der letzten Saison wurde er wie gesagt Torschützenkönig. In der diesjährigen Saison steht er auch wieder bei sieben Toren aus neun Spielen. Also klar ist noch nicht so viel gespielt, aber man kann schon festhalten, dass er denke ich mal kein One-Season-Wonder ist und das hat er ja auch in den Länderspielen gezeigt. Aufgrund dieser anderen Dauer der Saison in Argentinien geht diese Laie halt eben noch bis zum 31.12. diesen Jahres und dementsprechend müsste eben der Verein, der ihn sich holt, diese Laie irgendwie abbrechen. Aber das Ganze wäre auf jeden Fall geklärt. Es geht dabei nämlich um einen Sommertransfer und dann wären eben 15 Millionen Euro Ablöse für ihn fällig. Er hat aktuell einen Marktwert von 8 Millionen, also das hält sich im Rahmen, sag ich jetzt mal. Und dann ist es eben so, dass Rete Gies aktueller Laie-Klub die Möglichkeit hat, per Kaufoption 50% der Transferrechte zu erwerben. Dann würde eben die Hälfte der Ablöse an Bogat Juniors geben und die andere Hälfte an Tegel. Rete Gies selbst ist gerade 23 Jahre alt, wird Ende des Monats 24, ist also auf jeden Fall schon ein Spätsünder, das kann man auf jeden Fall sagen. Denn so ist das Interesse gerade wirklich groß an ihm. Zum einen war Atletico Madrid an ihm interessiert, die sind jetzt anscheinend raus aus dem Transferpoker. Ansonsten gab es auch schon ein Treffen mit Frankfurt und da ist ein Transfer immer wahrscheinlicher. Aber auch Inter Mailand, West Ham United und Bayer Leverkusen sollen auf jeden Fall Interesse haben. Und es wundert mich dann doch schon ein bisschen, dass er dann doch eher zur Eintracht tendiert, weil er kann kein Italienisch, spielt er jetzt in der Nationalmannschaft und da hätte ich dann einen Transfer nach Italien durchaus sinnvoller erachtet, weil er da dann eben auch die Sprache für die Nationalelf lernen kann gleichzeitig. Aber die Eintracht hat wohl gute Chancen und ich denke vom Kaliber her könnte das echt gut passen, weil so einen Verein wie Interesse sehe ich vielleicht sogar noch eine Stufe zu hoch. Aber bei Frankfurt könnte er denke ich gut reinpassen und auch direkt seinen Output liefern und auch explodieren, je nachdem wie er eingesetzt wird und wie es läuft. Kommen wir zu Retegie als Spieler selbst, also gehen so kurz auf sein Spielerprofil ein. Er ist 1,85, 1,86 groß so, da unterscheiden sich die Quellen, wiegt ungefähr 84 Kilo, hat also auch durchaus eine gute Physis, die er mit sich bringt und ansonsten kann man ihn relativ als kompletten Stürmer bezeichnen. Also ich habe ihn mir jetzt schon mehrmals angeschaut und ich finde er hat jetzt keine herausragenden Schwächen, aber auch keine herausragenden Stärken. Also er ist wirklich in relativ vielen Bereichen recht solide. Dennoch kann er natürlich ein paar Sachen besser, ein paar Sachen schlechter. Also zu seinen Stärken zählt auf jeden Fall der Elfmeter, da ist er wirklich gut drin, verwandelt relativ viele, hat eine gute Quote. Ansonsten hat er auch ein gutes Grundtempo, da nicht überschnell, nicht so schnell wie Kolomuani, aber natürlich trotzdem ein gutes Tempo. Sein Abschluss ist echt stark, also da macht er wirklich die Tore rein. Er ist zwar rechtsfuß gelernt, aber im Abschluss ist er auch recht beidfüßig. So hat er zum Beispiel in der letzten Saison, also in seiner 19-Tore-Saison, wo er Torschützenkönig wurde, fünf Tore mit dem Kopf erzielt, fünf Tore mit dem linken Fuß und die restlichen neun mit dem rechten Fuß. Also ist da auch relativ ausgeglichen und unberechenbar, wie er die Tore erzielt. Und ihr habt es jetzt eben auch schon gehört, er hat auch ein paar Kopfballtore und es ist eine weitere Stärke von ihm, nämlich sein Kopfballspiel. Ich finde, er hat da ein gutes Durchsetzungsvermögen, vor allem mit der Größe sind ja die meisten Innenverteidiger dann doch eher größer, aber vor allem seine Kopfballtechnik ist überragend. Da könnt ihr euch gerne mal ein paar Highlights anschauen, wie der die Kopfbälle setzt, aus teilweise unmöglichen Winkeln, ist echt stark. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr heraussticht bei ihm. Ansonsten muss man auch auf jeden Fall seinen Instinkt, seinen Torinstinkt loben. Er ist oft einfach dort, wo der Ball hinkommt, auch wenn man es nicht unbedingt erwarten könnte bei dem Angriff. Und da hat er einfach den Torriecher und das ist auf jeden Fall wichtig. Dementsprechend hat er auch einen guten Bewegungsradius, weiß oft, wo das Spiel hingeht und ja, hilft da dem Spiel auch enorm. Denn er hat auch ein echt gutes Link-Up-Play, lässt sich auch oft fallen, um im Spielaufbau zu helfen. Also das ist dann durchaus anders zu Kolomuani, aber den vergleichen wir gleich noch ganz kurz. Und er lässt sich da eben fallen, hilft im Spielaufbau, hat eine recht gute Passquote. und kann da auf jeden Fall dementsprechend helfen. Des Weiteren macht er auch gute Tiefenläufe. Klar nicht mit dem extremen Tempo und auch nicht in einem extrem hohen Ausmaß, also nicht ganz so oft. Aber wenn er sie macht, dann sind sie echt gut getimt und da kann auf jeden Fall beispielsweise ein Götze dann gute Steckpässe auf ihn spielen. Außerdem lässt er sich offensiv dann doch auch teilweise auf den Flügel fallen und ähnlich wie in einem Frey aktuell bei Schalke, lässt er sich dann eben oft nach rechts oder links fallen und macht dann eben den Lauf an die Grundlinie und bringt den Ball in die Mitte für seine Mitspieler. Hat jetzt nicht ganz so viele Vorlagen geliefert und auch nicht ganz so viele Großchancen kreiert. Kann aber auch teilweise an der Schwäche seiner Mitspieler liegen. Wobei man generell sagen muss, wir reden hier über einen Spieler aus der argentinischen Liga und da sind weder die Mitspieler noch die Gegenspieler auf dem Niveau, wie sie in Europa, vor allem in einer Top 5 Liga sind. Aber er hat auch in den Länderspielen mithalten können und das zeigt auf jeden Fall das Potenzial, das in ihm steckt. Kommen wir zu den Schwächen. Da kann man vielleicht seine Ballkontrolle nennen, aber ich finde, er hat sich da dann doch auch schon deutlich verbessert im Vergleich zu Beginn seiner Karriere. Auch die Schlüsselpässe beziehungsweise Steckpässe, die er oft erhält, sind jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Auch wenn er sich öfters fallen lässt, so spielt er nicht unbedingt progressive Pässe nach vorne, sondern lässt die Bälle eher nach hinten klatschen und geht dann selbst in die Tiefe. Zudem kann man vielleicht sagen, er lässt ein bisschen viele Großchancen liegen, auch wenn sein Abschluss an sich echt gut ist und auch unberechenbar, da er eben relativ beidfüßig ist im Abschluss. Aber wenn wir jetzt auf die Saison schauen, wo er Torschützenkönig wurde, da hat er eben 13 Großchancen vergeben in 27 Spielen. Das ist jetzt nicht ganz schlecht, aber man sollte vielleicht ein Auge drauf haben, auch wenn er ansonsten ein echt guter Abschlussspieler ist. Bevor wir zum Fazit kommen, habe ich mir jetzt hier noch einen kleinen Spaß erlaubt und Retegui mit Kolomuani verglichen auf der Seite Sockermann. Die nehmen einfach so die Statistiken von den Spielern, die sie in ihren Spielen geliefert haben und vergleichen das dann eben, weil letztendlich könnte Retegui ja je nachdem, wie es mit Kolomuani weitergeht, ihn eben ersetzen auf dessen Position und da ist ein Vergleich, denke ich, recht sinnvoll. Wir sehen hier Retegui in blau, Kolomuani in grün und klar, Kolomuani ist der bessere Spieler, aber Retegui steht ihm beispielsweise im Angriffsspiel, im Passspiel, physisch und im Kopfballspiel eigentlich in nichts nach. Kolomuani ist halt eben deutlich schneller, hat jetzt in dieser Saison auch einen kreativen Output, der extrem krass ist, wobei ich da sogar eher sagen würde, dass es eine Overperformance aktuell ist, aber mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt und natürlich ist Kolomuani ein krasser Spieler im Dribbling, der auch deutlich schneller ist und ja, hat einfach andere Stärken, aber Retegui kann ihn dann, denke ich, doch ersetzen, auch wenn er andere Stärken hat, ein anderes Profil, aber man müsste ihn halt ein kleines bisschen anders einsetzen, denke ich. Und auch wenn wir hier nochmal schauen, im Kopfballspiel, also Kopfballduelle gewonnen, hat Retegui sogar ein bisschen mehr, ja auch ansonsten, seine Passquote ist besser, und vor allem seine Zweikampfquote ist deutlich besser, das ist auf jeden Fall bemerkenswert, auch wenn der Vergleich hier ein bisschen hinkt, wie gesagt, argentinische Liga, deutsche Liga, natürlich ein deutlicher Qualitätsunterschied, vor allem diesen Metriken, was ja vor allem vom Gegner abhängig ist und da sind die Gegner in der Bundesliga natürlich deutlich besser. Dennoch würde ich abschließend sagen, Retegui auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, klar ein Spätsünder, aber mit 15 Millionen Ablöse wäre er, denke ich, auf jeden Fall zu haben für die Eintracht und stellt auf jeden Fall einen Spieler da mit enormem Potenzial, der, wenn er richtig eingesetzt wird, falls Glasner bleibt, traue ich ihm das auf jeden Fall zu, weil bei ihm war auch zum Beispiel auch ein Wehorst bei Wolfsburg extrem wichtig und extrem stark, so stark wie fast nirgendwo, und Retegui könnte er, denke ich, ähnlich einsetzen, und dann wäre das auf jeden Fall ein richtig guter Transfer, der der Eintracht auf jeden Fall viel Spaß und Freude bereiten würde, vor allem mit Toren, eher weniger mit Vorlagen, aber dafür wären dann halt eben andere Spieler verantwortlich. Wenn der Transfer durchgeht, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, weil dann hätte man echt nochmal ein neues Aushängeschild für die Bundesliga zu einem vergleichsweise geringen Preis, weil ich meine, der Mann ist italienischer Nationalspieler jetzt schon, da hat man bis jetzt nur Grifo in der Bundesliga, und ich denke, er könnte auf jeden Fall Eintracht Frankfurt helfen. Was sagt ihr zu meiner Einschätzung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!